Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Libyen und der Community Map. Wir haben kurz vor Ende von Tag 3 und es gibt eine spannende Entwicklung, an der ich euch gerne teilhaben lassen würde. Denn, wie ja bereits bekannt, ist Algerien unter Angriff von Marokko und auch von hier Mauretanien. Und das gibt uns die einmalige Gelegenheit, hier einzufallen, während sie gerade ihre Truppen verschieben, um diesem Feind zu begegnen. Und das ist natürlich für sie jetzt quasi das Ende, denn auch Algier ist gefallen. Das heißt, Algerien wird hier auf jeden Fall wohl nicht mehr bestehen können, aber wir können zumindest das Beste daraus machen und werden uns Elisi, Togurt und eventuell auch Boney nehmen können. Das sind alles wertvolle Provinzen, Doppelgetreide, Stahl und Holz, genau das, was wir gerade brauchen. Wäre also für uns absolut super und würde uns endlich mal so ein bisschen Stärke geben im Vergleich auch zu unseren Nachbarländern. Und deshalb machen wir das gerade mit unseren Armeen, die wir bereits so ein bisschen in der Erwartung dieser Lage zusammengezogen haben. Wir haben ja bereits begonnen, in Gart eine Armee zu sammeln, bestehend aus einer Kavallerie und ein paar Infanteristen aus den Festungen gegen Ägypten. Und die können das jetzt machen und sollten in der Lage sein, hier auch ganz gut was einzunehmen. Das Schöne auch daran, dass Algerien sich weiter Richtung Westen wendet, ist auch für uns, dass das heißt, dass Marokko nicht direkt so stark wieder rauskommen wird. Also sie können uns gar nicht direkt angreifen, sie werden beschäftigt sein mit den noch da vorhandenen algerischen Truppen, denn sie haben den meisten Teil hier eingenommen ohne der größten Gegenwehr. Und damit werden sie uns erstmal nicht direkt auch angreifen können. Und eine weitere gute Sache für uns ist, dass Italien weiterhin beschäftigt ist im Norden hier gegen Österreich. Sie werden angegriffen und müssen sich verteidigen, das heißt, sie haben auch nicht wirklich die Kapazitäten frei, um uns hier einfach mal spontan anzugreifen, was auch ein weiterer großer Pluspunkt für uns ist. Das heißt, auch Tunis sollte möglich sein, eingenommen zu werden von unserer Seite aus. Ich denke nicht, dass da Italien zu viele Möglichkeiten hat, das lange zu halten. Wenn sie hier oben weiter groß im Krieg sind, sie werden ihre Truppen abziehen müssen. Ich werde vielleicht nochmal diplomatischen Druck erhöhen. Vielleicht sogar sagen, dass ich die Provinz abnehmen würde für eine kleine Geldzahlung, dafür sie ihre Truppen abziehen können. Denn es muss klar sein, wir werden das auf jeden Fall irgendwann einnehmen. Sie werden das nicht lange halten können und sie werden hier im Norden Truppen brauchen, um eben Österreich zurückzuschlagen. Genau, ansonsten, was gibt es für Neuigkeiten? Wir müssen mal kurz schauen. Es gibt einige diplomatische, es gab viele Nachrichten, die ich erhalten hatte. Wir hatten ja Bündnis-Anfragen bekommen aus Algerien, aus Namibia. Wir hatten Anfragen bekommen, ich glaube aus, oh Gott, wo war das? Aus Kuban vielleicht, wenn ich mich da nicht irre. Ich irre mich vielleicht. Wir können ja mal ganz kurz auch schauen. Wir haben hier meine Nachrichten oder generell alle Nachrichten im Koalitionschat. Wir sichern uns Algerien. Genau, und Kamerun sichert sich gerade die KI südlich von ihnen. Das ist hier vermutlich dann, genau hier, Gabun. Das werden sie sich nehmen. Das heißt, Nigeria ist wohl keine Gefahr mehr. Der Tschad ist genug gesichert. Das macht Sinn. Der Sudan, man steht hier ein im Kongo. Das ist gut zu wissen. Ansonsten gab es noch irgendwas Wichtiges. Das Manche Reich tritt bei, genau. Oder was steht hier? Ägypten hat Truppen. Ach genau, Ägypten hat viele Truppen, gerade hier auf Zypern. Das heißt für uns gute Dinge, denn das heißt, wir sollten es leicht einnehmen können. Sie bringen zwar weiterhin Truppen an unsere Grenzen. Also sie sichern sich hier auf jeden Fall ab. Aber ich denke, mit einem großen Angriff aus Hejaz wird das alles dann auch gut werden. Also die werden das, denke ich, nicht verteidigen können. Sie hatten bereits hohe Verluste. Sie haben Kreta eingenommen, Zypern. Sie haben auch gekämpft hier in der Festung gegen die Truppen aus Fessan. Das heißt, sie sollten insgesamt nicht in der Lage sein, einen vollen Angriff von zwei Nationen zu überleben. Besonders auch nicht sollte das Osmanische Reich ebenfalls beitreten. Und Hejaz ist ja gerade dabei, einen Nicht-Angriffspakt auszuhandeln mit Arabien. Und dann sollten die auch in der Lage sein, hier alle ihre Truppen an die Grenze zu bringen, wie ja bereits abgesprochen. Das kann ich auch kurz zeigen. Wir hatten hier geschrieben mit Hejaz. Habe ich euch ja, glaube ich, auch gezeigt. Und genau, sie haben aktuell Kontakt. Und ich muss vorsichtig sein mit dem Chat hier. Kamerun, ja genau, wir müssen Kamerun einweihen. Ich hatte, glaube ich, bereits im großen Chat was geschrieben dazu, dass wir eben diesen Plan haben. Die Gefahr natürlich mit dem Chat hier besteht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Truppen dort lassen. Und hoffen, dass die erstmal ein anderes Ziel haben. Denn bislang haben die nur eine Nation angegriffen und auch nicht viele Verluste gab dabei. Das heißt, die werden eine große Armee haben, die für uns eine große Gefahr darstellt. Also müssen wir da sehr aufpassen, dass wir uns nicht overextenden. Vielleicht doch ein paar Tage warten. Wenn ich mal ganz kurz auch so schreiben. Also, ich werde Kamerun in Kenntnis setzen. Punkt, wir mit der Einnahme von Ost-Algerien benötige ich evtl. Punkt, ein bis zwei Tage mehr zur Vorbereitung, um weitere Truppen und Festungen an der Grenze zu Equatorial Afrika zu bauen. Bauen, ja, zu bauen, äh, zu bauen, äh, buan, bauen, so, ähm, zu bauen. Dafür noch ein Komma, zur Vorbereitung, Komma, wir wollen das ja auch alles richtig machen hier, Komma und zur Vorbereitung, so. Da gibt es ja noch ein bisschen Grammatikunterricht hier und, ähm, wie machen wir das? Level 2 Festung, obwohl das wollen wir noch nicht direkt mitteilen, das ist noch nicht wichtig. Es gibt nämlich ein Level 2 Festung von Ägypten da auch in der Grenze. Ich denke, das, äh, ist schon mal so gut. Mit einem von Ost-Algerien werden wir in den Tagen Vorbereitung, aber wir eben noch ein bisschen was machen müssen. Wir müssen noch ein bisschen Truppen bauen, einfach weil wir jetzt gerade Verluste haben werden. Wir müssen neue Grenzen befestigen, das ist alles nicht so einfach. Wir werden also ein bisschen noch brauchen, um genug Truppen heranzubringen für eine Offensive, ähm, genau. Machen wir das mal so. Das Deutsche Reich, äh, Italien wird mich zu belästigen, ähm, äh, ist gar kein, warte mal, sind die alliiert? Ist gar kein so großes Problem eigentlich, aber sind die alliiert? Sind sie nicht, äh, gut, dann machen wir das mal so, warte. Äh, wir werden mal schreiben, dass das ja gar kein so großes Problem ist. Ist, ist, warte, ah, Text, so. Ist kein so großes Problem, ähm, 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 deine Koalition ist ja bereits mit ihnen im Krieg, werde sie diplomatisch unter Druck setzen. Sollen wir den jetzt überhaupt schreiben? Macht das Sinn? Wollen wir das vielleicht nicht schreiben? Weil das, das müssen die ja eigentlich gar nicht wissen. Das müssen die ja eigentlich nicht wissen. Ähm, dass wir da auch Interessen haben, müssen die eigentlich gar nicht wissen. Das müssen die eigentlich gar nicht wissen. Wir lassen das erstmal. Wir machen das immer nicht, weil das müssen die ja noch gar nicht, gar nicht wissen. Das ist ja noch gar nicht nötig, dass wir denen das erzählen. Ähm, von daher lassen wir es erstmal. Ähm, dann hier, genau, Namibia. Ähm, ich habe nicht viel Eisen, das tut mir mega leid. Ähm. Ähm. Einem Handel würden wir zustimmen, aber leider ist Eisen aktuell nicht in größeren, ähm, größeren Mengen vorhanden. Ähm, Punkt, ähm, Punkt. Ja, einfach Punkt, oder? Ja, ja. Genau. Ähm, ich, ich, ich sage zu viel. Da kann das sein, dass ich zu viel sage. Ich bin, glaube ich, ein ziemlich offenes Buch, was das angeht. Das können Leute einfach fragen, um mich dann irgendwann später anzugreifen, weil sie wissen, dass ich kein Eisen habe. Äh, nee. Aber es sollte okay sein, sollte kein Problem sein. Ähm, ich denke nicht, dass jemand das ausnutzen kann. Ähm, genau. Wir schreiben auch ein bisschen mit den Leuten hier. Versuchen, möglichst gute Kontakte zu pflegen. Hilft uns ja aktuell auch. Ähm, die Allianz ist groß und ist ja auch voll inzwischen, glaube ich, ne? Genau, wir, nee, wir haben vier von fünf Leuten. Ähm, wir sind noch nicht ganz sicher, wenn noch beitreten will. Genau, dass das Osmanische Reiche beitreten, die waren noch nicht dabei. Die treten dann, glaube ich, in zwei Stunden bei, wenn dann der Tag gewechselt hat. Und dann müssen wir schauen, ähm, auch nach hier, nach Kenia. Die haben ja Somalia besetzt. Die haben es auch geschafft, Mogadischu zu halten. Aber sie haben Gulu, ihre Hauptstadt, verloren. Das könnte sein, dass sie jetzt kapitulieren. Ach nee, halt, warte mal. Ich lüge. Nairobi ist die Hauptstadt. Entschuldigung. Ähm, das heißt, äh, sie haben nur eine Seitenprovinz verloren. Ist nicht so schlimm. Aber, ähm, es könnte trotzdem sein, dass das jetzt für sie zu viel wird, langsam. Denn sie haben keine großen Streitkräfte mehr. Andererseits haben wir hier eine Einheit aus Hejaz, die jetzt hier in Megele landen wird, in Eritrea. Oder fast schon Äthiopien eigentlich. Ähm, und die werden dort, oder hier ist es eigentlich Djibouti, so rum. Und, äh, die werden hier dann diese Provinz, wie es aussieht, einnehmen können. Ich sehe auch gerade das britische Bengal hier ist, warum auch immer. Ähm, und wenn es da keine Gegenwehr gibt, dann werden die hier erfolgreich zumindest eine Provinz einnehmen können und könnten dann sogar die nicht verteidigte Hauptstadt nehmen. Also, Äthiopien ist größtenteils geschlagen militärisch. Äh, wir schauen mal ganz kurz auf die Verluste auch und sehen hier Abyssinien 57.000. Das ist der größte Teil ihrer Startarmee. Der Rest sind, sieht man eben hier gerade verteilt, ein paar, ein paar Tausender. Das ist nicht viel. Die müssten also erstmal sich wieder stark aufbauen und haben auch nicht mehr Militär als unser Alli hier. Also, Kenia hat, ähm, 42.000. Die haben noch ebenfalls genau 42.000. Also quasi keine Option für beide da irgendwas zu machen. Aber leider hat natürlich Äthiopien es geschafft, eine Provinz einzunehmen von Kenia. Aber dafür hat Kenia eben geschafft, die KI hier für sich zu gewinnen. Und ich denke, damit können sie das gewinnen. Die Frage natürlich wird sein, was werden Tansania und der Sudan machen? Die könnten beide noch angreifen. Ich bin überrascht, dass der Sudan es nicht getan hat. Die haben wohl andere Ziele gesehen, wie zum Beispiel Eritrea und eben den Kongo. Und, ähm, da wird es eben davon abhängig sein, ob sie noch aktiv sein werden. Oder ob sie jetzt AFK gehen. Und inwiefern eben Hedjas in der Lage sein wird, hier zu helfen. Denn wir können erstmal gar nichts bieten, leider natürlich, als wir selbst. Aber Hedjas ist nicht so weit weg. Das heißt, die haben da doch die Option, ein paar Truppen zur Unterstützung hinzuschicken. Äh, scheint auch hier gerade ein bisschen Stress zu geben. Das war, glaube ich, hier eine KI, die jetzt das Manche Reich eingenommen hat. Da wollte auch der Iran hin. Der war angegriffen wird jetzt von Kuban. Okay, hier gibt es scheinbar größere Schlachten. Das wäre gerade eine perfekte Möglichkeit hier für das Osmanische Reich, das auszunutzen. Kuban ist gerade maximal abgelenkt hier in der Ukraine. Das wäre eigentlich ein gutes Timing. Mal schauen, was da passieren wird. Und, äh, auch generell, meine Strategie wird es hier sein, relativ vorsichtig und bedacht vorzugehen. Denn ich denke nicht, dass mein aggressiver Spielstil hier funktionieren wird. Ähm, gerade vor allem, weil ja auch alle, die hier sind, den Spielstil von mir kennen. Und da die Gefahr eben zu groß ist, von einer der größeren Nationen wie eben dem Chad hier besiegt zu werden oder von FWA oder von Marokko, das will ich einfach nicht riskieren. Das heißt, wir gehen sehr vorsichtig vor. Wir spielen sehr um unsere Allies herum. Also wir versuchen quasi möglichst viele gemeinsame Aktionen durchzuführen, um Verluste zu minimieren, Risiken zu minimieren und so weiter. Und ich denke, das funktioniert zumindest für uns soweit ganz gut. Wir haben Tag 4 fast erreicht. Das ist schon mal mehr, als ich gedacht habe, tatsächlich. Und wir werden hier, denke ich, auch jetzt gleich drei Provinzen einnehmen, was ziemlich gut ist. Und wir werden damit unsere Produktion steigern. Und wir werden vielleicht sogar nach Tunis bekommen. Ich werde auf jeden Fall Italien da hingehend etwas unter Druck setzen, ihnen das schreiben, dass ich ihnen quasi einen freien Abzug aus Tunis erlaube, aber dann eben auch die Provinz erwarte. Auf die ein oder andere Weise. Das, denke ich, wird meine Antwort sein, denn, ja, wir werden das nicht einfach zulassen, dass sie hier Tunis besetzen. Das ist nicht, auf Dauer nicht möglich. Und wird uns auch eine weitere Grenze dann freimachen, wenn wir es haben. Dann müssen wir keine Truppen hier oben halten, können stattdessen uns gegen Marokko und FEA und gegen den Chad aufbauen. Und der Rest geht eben dann Richtung Ägypten und wird es noch einnehmen, dann gemeinsam mit Hejaz. So sieht es aus. Ansonsten gibt es nicht viele Dinge zu berichten. Ich versuche möglichst wenig drauf zu schauen auf die ganzen Nationen, die mir gemeinsame Karte gegeben haben, weil ich eben vermeiden möchte... Ups, da klingt mein Handy. Verzeihung. So, weil ich eben vermeiden möchte, hier andauernd auch die Sachen zu sehen, die ich gar nicht sehen sollte. Das ist ja klar. Weil ihr habt mir ja zum Teil gemeinsam eine Karte gegeben, weil ihr dachtet, ihr müsst das machen, aber das war natürlich nicht nötig. Das heißt, ich werde versuchen, da möglichst nicht diese Informationen zu nutzen zu meinem Vorteil, sondern einfach ein bisschen wegschauen. Genau, ja, dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal.